Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video nach langer Zeit mal wieder. Wir sind heute unterwegs an der Burgruine Wolfstein. So schaut sie jetzt erst mal aus von außen und wir gehen da jetzt rein. So, wir befinden uns jetzt am Eingang der Burg. Es ist ein bisschen wendig heute. Jetzt geht es erst mal hier hin. Hier haben wir den ersten Raum. Einer der Türme würde ich sagen. Geht nach oben. Kurz mal runter. Hier ist abgesperrt. Da kann man nicht durch. Da geht es nämlich in den Abgrund. Den Burggraben würde ich jetzt mal schätzen, dass das ist. Würde für mich einen Sinn ergeben. Hier haben wir den Burgturm. Ah ne, das ist ein ganz normaler Raum. Wahrscheinlich mit Keller und dann ist der Boden da weggemacht worden. Aber hier haben wir einen der Türme. Kann man leider nur sonntags rein scheinen, wa? Kann man leider nur sonntags rein scheinen, wa? Ja. Ja, ist zugesperrt. Die Tür. Kann man von oben nochmal hier anschauen. Gehen wir wieder runter. Gehen wir wieder runter. Haben wir hier wahrscheinlich ein Haus. Nicht groß, aber auch nicht klein. Gibt jetzt hier nicht wirklich was zu sehen. Dann haben wir hier ein Haus. Mit ein bisschen mehr Wänden. Ich schätze mal das könnte ein Bart gewesen sein. Da ist irgendein Tier. Hm. Scheine Grille gewesen. Da haben wir so ein Tunnel. Ein bisschen eng. Da kommen wir jetzt nicht wirklich durch. Keine Ahnung für was das ist. Hier ist wieder der abgesperrte Bereich. Hier sind ganz schön viele Grillen. Ich versuche nochmal den Burggraben vielleicht drauf zu kriegen. Damit ihr das sehen könnt. Das ist eine Treppe, wo es nochmal runter geht. Ja, hier haben wir eine Brücke, die ist aber abgesperrt. Wie man sehen kann. Die ist da auch wieder abgesperrt. Das ist ja so gold. Und dann ist es noch ein gutes Kuss. Das ist nicht egal. Das ist ja, das ist ja ... Der hat uns daklang und dann einen Schuss. Das ist einfach nicht so wichtig. Das ist ja ... Das ist ja ... Drehbuchrat. Das ist ja nicht so. Dann ist ja ... Du Deixa mal ein paar Berge. Der ist ja nicht so. Die sind auch ... Das ist ja ... Das ist ja ... Drehbuchrat. Das ist ja nicht. Und da ist das ... Da haben wir auch dann wieder was, ja, das werden dann auch wahrscheinlich Räume, Häuser gewesen sein, würde ich mal schätzen, das könnte Kapelle gewesen sein. Ja, das war's. So, wir gehen jetzt hier unten in den Keller rein. Hier ist auch nicht mehr zu viel zu sehen, aber da wird wahrscheinlich eine Zwischenwart gewesen sein, schätze ich mal. Oder zwei, da oben ist es wieder, das Ding. So, hier haben wir dann auch nochmal was. Kommt man da nicht rein, weil es abgesperrt ist, wahrscheinlich einsturzgefährdet. Hier haben wir dann so einen Kreis. Weil die Mauern sind teilweise schon recht hoch. Hier haben wir dann auch noch nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich gebe hier rein, irgendwie recht viele Fenster. Es wird wahrscheinlich Toilette wieder gewesen sein. Da ist ein echt großes Fenster. Hier haben wir dann ein bisschen, nicht ganz genau, ähne Boden. Und ja, das war es auch soweit mit der Burg. Wird zwar kein allzu langes Video sein. Ach, hier haben wir noch den Brunnen. Gut, dass wir den noch gesehen haben. Der ist aber zugemacht worden. Das war es, hier wird wahrscheinlich auch nochmal Bart oder so gewesen sein. Dann war es das mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt nicht allzu viel war. Oder nicht allzu viel Spannendes war. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Aber ich denke vor dem Park wird es auch starten. Es müsste gehen. So. 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 So.